Heyo, White hier und ich brauche eure Unterstützung. Und zwar arbeite ich seit geraumer Zeit am Adventskalender für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, wie viel Arbeit das für einen Animator bedeutet. Wo ist es also Animatorin? Und genau da kommt ihr ins Spiel. Ich brauche eure Zeichenkünste oder was auch immer ihr für Fanart machen könnt. Ein Türchen soll zur Aufnahme mal im PMV-Style sein und es heißt Picture, Music, Video. Diese Speedband gehört übrigens auch dazu. Eure Aufgabe ist, mich und oder meinen Kater mit mir zu zeichnen. Beziehungsweise was auch immer ihr nochmal für Fanart machen könnt. Ein Senderschluss ist der 2. Dezember. Ich wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Tag. White, Ende und Out! Bis zum nächsten Mal. PayPal Untertitelung des ZDF, 2020